I'm coming back for it Hallo liebe Freunde, Willkommen auf Ape.com für den besten Kanal auf YouTube Heute haben wir was sehr 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 witziges vor Und zwar hat uns der Chef von einer Starca Filiale kontaktiert und gesagt Yo mein Sohn der schaut das immer, der hat mich auf euch aufmerksam gemacht Yo Jungs, braucht ihr irgendwie Cars oder so? Und dann haben wir halt gedacht Klar, weil bei uns ist das momentan so Wenn wir halt irgendein Video mit dem Auto drehen wollen Dann müssen wir mal gucken, ja wo kriegen wir das her Ist auf jeden Fall immer riesiges Organisationsding Dann haben wir gedacht, schauen wir mal heute hier bei Starca vorbei Schauen, was die so haben Und vielleicht können wir uns den ein oder anderen Wagen Für ein oder zwei Monate unter den Nagel reißen Und jetzt kommt's Warum Regina hier ist und sie schon ein bisschen Ich bin so nervös Nervös ist ein ganz einfacher Grund Und zwar sind wir hier gerade auf einem abgesperrten Gelände Und für Leute, die das nicht wissen, ist das so Dass man auf einem abgesperrten Gelände quasi ohne Führerschein fahren darf Auch da darf jetzt auch ein 12-Jähriger dürfte da fahren Weil der ja nicht am Straßenverkehr teilnehmen kann Hä, wer hat denn hier keinen Führerschein? Wir wissen es ja Hast du einen? Natürlich, ich bin der beste Fahrrad Regina hat keinen Führerschein Und sie hat auch ein bisschen Aus einem ganz guten Grund Weil ich Angst habe, Menschen da draußen weh zu tun Mit einem, mit einem, mit einem Mit einer Mördermaschine Stimmt natürlich Aber heute wird der berühmte Fahrschullehrer André Chibler Regina mal ein bisschen zeigen, wie man Auto fährt Ich bin gespannt, wie das wird Nur mal kurz zur Info Ich habe das gerade erst erfahren Sie haben einfach nur gesagt Komm mal mit, wir drehen mal Und jetzt und jetzt Sie hat schon echt eine kleine Phobie Schon mit Autos Also mit alles Ich trau mich noch nicht mal über eine rote Ampel zu laufen, Mann Okay Ihr seht schon Die Ausgangssituation ist witzig Wir testen jetzt verschiedene Autos Schau mal, was wir so haben Ja, dein erstes Auto, Regina Hier, genau Den wollen wir mit dem LKW anfangen Nee Nee, LKW ist zu krass Das machen wir nicht Wir schauen jetzt mal Und es geht los Kommen wir zur ersten Disziplin Regina Ich zeige dir erstmal, wie man anfährt Du hast hier einen großen Vorteil Und zwar sind das Automatikwagen Schaltung wäre jetzt nochmal ein bisschen schwieriger am Anfang Aber Automatik ist auf jeden Fall einfacher Und zur Absicherung Weil eigentlich hatten wir ja diese Fahrschulautos Haben ja rechts auch Pedale Also auf dem Beifahrersitz Das haben wir jetzt nicht Und rein zur Absicherung Falls du jetzt irgendwie auf einmal Kontrolle verlierst Musste ich halt jetzt irgendwie mit auf meinen Schoß setzen Damit ich im Notfall eingreifen kann Ladies Oh Okay So Bei Automatik ist das so Ja Den linken Fuß Den packst du da links hin Und der ist quasi weg Also der macht gar nichts Der macht nie was Der ist da Und der macht nie was Okay Also rechts nur Und links ist Bremse Also in der Mitte quasi Okay Genau Jetzt musst du die Bremse drücken Die Bremse war in der Mitte Ja Ja Okay Andrea hat das Wichtigste vergessen Was denn? Anschneiden Ja 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 Jetzt drückst du da den Startknopf Hier So okay Die erste Disziplin ist Anfahren Wenn du jetzt die Bremse loslässt Dann geht der das halt zu Standgas Und fährt 4-5 kmh oder so Dann rollt der halt an Okay Also ganz langsam ne Von der Bremse nicht ganz schnell Ja Komm mal ein bisschen nach da Ich hab losgelassen Nicht aufs Gas Ganz wenig Okay Es bewegt sich Oh mein Gott Oh mein Gott Hey Komm her Ja Nee, 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 nee Okay Bremse Bremse Oh mein Gott Das ist doch neu Mit Gefühl Ja Ja Mit Gefühl Egal Die erste Lektion bestand Das war das Anfahren Disziplin Nummer 2 Regina du kannst bereits anfahren Jetzt geht es weiter Wir haben hier ein Jaguar F-Type Auch noch so ein Anfänger Genau Ist ein absoluter Anfängerwagen Folgendes ist zu machen Du musst mit dem Wagen Hier geradeaus Um diese Kurve rum Und dann quasi da bis zum Ende fahren Okay Okay So ich werde jetzt nicht mit am Steuersitz Ich sitze daneben Also bitte Vorsicht walten lassen Und wir schauen mal Ob das jetzt was wird Mach das nicht nach zu Hause Okay Okay Ganz langsam Ganz langsam Das Teil ist bestimmt so eine richtige Mardermaschine Ich spüre doch nichts Ich hab so Angst Du kannst ruhig loslassen Ganz einfach Dreck ganz schnell Ja Oh Oh Der fährt ein bisschen zu schnell Der fährt ein bisschen zu schnell Wo ist das Gefühl? Der fährt zu schnell Wir rollen baby Wir rollen Okay da vorne kommt Ja Fahr ruhig Räu ruhig Die erste Kurve deines Lebens Okay Ist das auch immer groß genug um an dieser Kurve vorbeizukommen? Glaube nicht Nee Jetzt rechts Jetzt kannst du ein drehen 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 Ja 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 Und 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 jetzt direkt nochmal drehen oder was? Ja Die ersten zwei Kurven deines Lebens, was sagst du dazu? Ich kann nicht sehen, woher sieht man denn, dass man da vorbei kann. Da muss man ja ständig so machen. Mit Gefühl, mit Gefühl. Frau Hickst, zwei von drei Prüfungen haben Sie geschafft. Jetzt geht's um die Bursch. Mit diesem Smart müssen Sie gleich hier einparken. Sie sehen da diese weißen Streifen, diese Abgrenzung des Parkplatzes. Da guckt kein Reifen drüber. Du musst in der Markierung sein. Ansonsten bist du durchgefallen. Das Problem ist jetzt hier, das ist keine Automatik, sondern mit Kupplung. Das heißt, ich werde mich wieder mit Reinsetzen Gas geben und du kannst dich komplett nur aufs Lenken konzentrieren. Aber, wie gesagt, steht da ein Reifen drüber, durchgefallen. Okay. Nehmen wir den mittleren oder welchen Parkplatz? Wir nehmen den da. Hier ist das Auto. Eine Lücke lassen und dann den zweiten. Genau, okay, den nehmen wir. Wo muss ich denn jetzt hin? Geradeaus. Geradeaus, erstmal. Was ist das hier für Lenkhaus? Du musst drehen, drehen. Du musst drehen, drehen. Du musst drehen, drehen. Ich drehe mein ganzes Leben hier und das funktioniert nicht. Legen, legen. Du drehst zu viel. Du musst so, ja, komm. So, so, so. Gleich kannst du drehen. So, du kennst die Regeln. Du musst in die Markierung. Okay? Sag mehr Gas, weniger Gas. Das ist schon gut so. Ich will nicht zu viel. Was ist das denn? Jetzt mach. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu viel. Stop. Mach. Mach. Okay, und jetzt nochmal zurück. Also, rücken. Nach vorne? Nein, 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 nein. Noch rücken. Okay. 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 Stopp. So willst du bleiben? Soll ich gucken? Scheiße. Scheiße. Ist drin? Ist drin? Ist drin? Ach so. Na, na, stopp, stopp. Dann wird erst mal in Ruhe geguckt. Okay. Einmal aussteigen bitte. Also, hier berührt es nicht. Darum ging es ja. Oh, 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 oh. Frau Higst. Frau Higst. Sie haben ihren Führerschein bestanden. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Wie fandest du die Fahrstunde? Sehr aufschlussreich, sehr aufregend. Würdest du mich als Fahrschullehrer empfehlen? Siehst du mich in dieser... Ja? Shoutout und ein riesen Dankeschön an Starcar. Oh, dankeschön, danke. Wir schauen jetzt mal, vielleicht können wir hier einen Wagen irgendwie für einen Monat oder zwei mitnehmen. Checken wir gleich mal. Vielleicht für euch da draußen ganz interessant. Schüler und Studenten kriegen 20 Prozent, haben wir uns sagen lassen. Und lasst doch ein Like bei Starcar auf der Page da. Lass mal schöne Grüße da. Genau. Schöne Grüße von den Apes. Ihr seht ja diesen geilen, nicen Wagen hier, ne? Wenn ihr den haben wollt, den Jaguar, sagt einfach beim Starcar-Chef, Ja, ich bin ein Kollege von Cengiz. Kriegt ihr den Geschenk? Also habe ich gehört, weiß ich nicht, aber... Grüße, Freunde, bis zum nächsten Video. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.